Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von T-Worlds und diesmal in einem DD-Race mit Ramon. Schönen guten Abend. Ja, ich würde mal sagen, wir starten dann. Alles klar, jetzt geht's los. www.taubenuschen.yoko.de. Schöne Adresse. Ja. Auf geht's! Wow, oh, ich bin schon verkackt. Sehr gut, sehr gut. Was macht die Nerd davor? Wie hast du das? Hä? Wieso bist du nicht... Hä? Was? Kennst du nicht die Rescue-Funktion? Nein, ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt. Geh da rein. Ja. Drück mal T-Slash-Rescue. Rescue. Roll. Und nochmal. Der eine Typ fängt nämlich auch immer die Geister von vorne an. Und... Und... Du kannst das auch auf eine Schnelltaste legen. Ja, das mach ich dann gleich. Ach, scheiße. Oder ich mach... Oder ich mach... Fuck. Äh, Entschuldigung. Äh, okay. Weiter geht's. Ja, ja, ja. Warte mal, ich setz... Ich setz mir das jetzt einfach mal auf eine Taste. Bind... T-Rescue. T ist schon der Shit. Ich wollt grad sagen, T ist doch... T... T ist doch was anderes. Ähm... Ich hol den beim nächsten Mal eiskalt runter. Ich setz das jetzt auf R einfach. So. Hab ich auch gemacht. Funktioniert das mit R? Ne, es passiert nichts. Dann gibt's... Ja, funktioniert bei mir auch nicht. Aber T-Slash-R funktioniert immer. Warte mal. Bind... Ich hab das auch schon ausprobiert, aber irgendwie bei mir klappt's auch nicht. Aber wenn ich R-Kill mach, das geht. Ja, das geht auch. Komischerweise. Bind... Dann mach ich jetzt Z. Geht gar nicht. Was? Geht auf keiner Taste irgendwie. Echt nicht? Wahrscheinlich, weil's so ein Sonderbefehl ist. Aber Slash-R reicht, glaub ich, schon. Dann kommst du raus. Ne, wenn... Dann mach ich doch Slash-Kill und dann komm ich am Anfang. Achso. Hm. Bei mir reicht Slash-R. Egal. Weiter geht's. Dann zieh ich dich halt raus. Wenn nicht das passiert. Ja, gut. Oder ich geb halt den Befehl ein. Das ist jetzt auch kein... herber Verlust. Mhm. Geblockt. Incoming. Ich mach einfach mal weiter. Aaaaah. Verdammt. Woa. Boah. Ach, verdammt. Ich hab das zu lang nicht mehr gemacht. Ich weiß, was ich schon mal gemacht hab. Geht mir nicht anders. Was? Ich hab das auch schon gemacht, die Map. Boah. Ja. Aaaaah. Ohohohoho. Ja, ja, ist doch gut. Muss dich hauen. Aaaaah. Siehste, geht mir nicht anders. Ähm... Stirb! Nein. Nein. Okay. Ich mach immer Schritt für Schritt. Und... Und... Ich auch. Weil wenn du mal ganz weit kommst und dann hängen, bleibst du Hochzeit gelitten. Ja. Aaaaah. Ohohohoho, wie dumm. Ich warte mal auf dich. Ja, ja. Ach, ich bin echt, äh... Nicht mehr drin. Ja, wenn man's lange nicht mehr macht. Ich hab ja... In den letzten Tagen ein bisschen gemacht. Oh Gott. Das packst du. Siehste? Ach, scheiße, das war ein bisschen zu hoch. Tadaa. Aaaaah. Mann! Das musstest du jetzt weggehen. Ja, Mann. Sorry. Äh. Jetzt hätt ich mich fast vertippt. Nein, hör auf zu schießen. Stirb. Stirb. Hm, ziemlich traurig. Wow. Das hab ich auch noch nicht so hinbekommen. Cheater. Nein, die Klappe. Oh, Mann. Es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Ha. Bosshaft. Oder auch nicht. Bosshaft, sagte er und fiel in die Grube. Niemals schießen musst. Ich muss einfach. Ja. Wenn ich schon unendlich Munition habe, muss ich es ausnutzen. Ich habe immer in so einem Ninja-Theilander. Hilfeteig. Ich kriege Hunger. Platschi. Ich suche dich. Ich sterbe. Wer tötet dich? Team Map. Mh. Team Map. Team Map. Der gebe ich jetzt. Oh, stirb Map. Du hast es auch nicht verdient, hier zu sein. Ah. Oh. Stirb Map. Oh, war das fail. Ich habe noch mehr gefailt. Ich bin einfach zu fett. Definitiv. Oh Gott, da ist Hefeteig. Nein, Hefeteig. Der killt sich auch selbst. Ich glaube, die wollen das. Ja, komm. Da ist überall diese Dinger und ich fall in die Lücke rein. Es ist voll uncool. Ich glaube, die wollen das so schnell wie möglich machen. Deswegen töten die sich ganz Zeit. Ja, das kann gut sein. Es ist mir aber herzlich. Wenn ich 20 Minuten dafür brauche. Hm, nur 20 Minuten? Dann hätte ich ganz... Wir sind solche Brails. Wir sind so gut. Wir fallen einfach weiter. Nein, du warst nicht. Uwe. Oh. Passt. So, jetzt mal. Guck dir den... Oh, da unten das Ding... Das brauchen wir doch bestimmt. Sehr gut, tschüss. Sehr gut. Nein. Ja, ich hab's. Oh, du Sack. Stirb. Hast du's? Nö. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil ich hinkgegangen bin. Oh, 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 oh. Ich darf zum Glück noch raus. Ich glaub, das war ungeschickt. Nein, das wär allgemein. An der Kante. Zieh mich mal runter. Hat der eine das nicht in drei Minuten gepackt? Pff. Schaffen wir mit links. Wir sind noch gut in der Zeit. Ich will da runter. Siehste, wenn man's drei Minuten packen kann, dann ist das... ...net so schwierig. Oh. Ähm, ja. Ah. Du warst drauf, oder? Ja, ich weiß nicht. Oh, ich kann dich auch. Ja, warst du. Uff. Ach du Scheiße. Was dann? Neun. Es wird eng. Es wird eng. Ich will dich nicht immer fast runterschmeißen. Aua. Oh. Echt du so? Ach. Ah. Leute. Ey, wie. Ich geh da erstmal da drauf. In drei Minuten, nein, sechs. Ach du Scheiße. Wir sind bei neun Minuten. Ja. Also, das ist... Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Das ist doch so weit. Geh weg da. Geh weg da. Da kommt schon wieder ein Nerd. Oh, was ist das Scheiße? Schieß mich runter. Schieß mich runter. Schieß mich einfach. Da runter und dann... Warte. Ja. Ich weiß nicht, ob es was prägt. Verpiss dich. Ich mache es vers... Ich versau's dir. Ich versau's dir. Stirb. Ja, es funktioniert nicht so ganz. Ich bin irgendwie gerade konzentriert... ...den das zu versau'n. Du packst das nicht in drei Minuten noch was. Ah, rabatt! Sorry. Hab's geschafft. Ja. Okay, so klappt das schon mal. Warte. Nein. Muss weiter vor. Diese Stelle ist... ...kacke. Och ja, Ramon, danke. Was? Ich hab doch kein'n gemacht. Der hat dich doch gerade gezogen. Ja, aber du hast doch geschossen. Aber der hat dich doch angezogen. Dann tue ich mir leid. Bestimmt will er mich jetzt blocken. Nein. Nein. Grund in Heft. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Ich mein, der packt's ja auch so nett. Der kickt mich die ganze Zeit runter. Alter! Hey, er hat's geschafft, oder? Ja.